reingauer brettspiel treff weil analoges spielen spaß macht hallo brettspiel freunde heute stelle ich euch das spiel cat ham city vor vom hochverlag für zwei bis sechs mitspieler ab acht jahren bei dem spiel cat ham city möchten die mitspieler der neue bürgermeister von cat ham city werden und müssen während dem spiel entsprechende wahlkampf veranstaltungen besuchen kontakte knüpfen und wer das im laufe des spiels am besten macht und dadurch die meisten wahlkampf punkte bekommt ist der sieger dieses spiels wir haben in diesem spiel acht verschiedene fraktionen zu denen die mitspieler kontakte knüpfen müssen von diesen acht fraktionen werden zu spielbeginn fünf ausgesucht das kann man auf die verschiedensten weise machen eine möglichkeit ist es einfach hier diese acht sich acht karten zu nehmen jeweils eine und dann eins zwei drei vier und dann fünf fraktionen davon auszusuchen da haben wir die mafia die gilde der privatdetektive der wissenschaftsrat der journalistenbund und die polizei und diese fünf fraktionen werden jetzt gut gemischt die anderen fraktionen das ist hier die robo cat spezialeinheit die bürokraten und die hacker die machen bei diesem spiel jetzt nicht mit die anderen fraktionen werden jetzt sehr gut gemischt wir haben in diesem spiel noch 22 infokarten da wird der spielablauf und die symbole noch mal erklärt und hier die entsprechenden eigenschaften der fraktionen dann haben wir wahlkampf punkte eins und fünf wir spielen das spiel so lange bis einer der mitspieler abhängig von der spieleranzahl genügend wahlkampf punkte hat das ist bei zwei oder drei spielern 16 wahlkampf punkte und bei vier bis sechs spielern 13 wahlkampf punkte spielbeginn bekommt jetzt abhängig von der spieleranzahl jeder solche fraktionskarten der erste und der zweite mitspieler bekommt sechs karten war jetzt hier ein drei personen spiel der dritte spieler bekommt dann sieben bei vier spielern würde der vierte spieler auch sieben bekommen und bei fünf oder sechs spielern würde der fünfte und der sechste spieler dann acht dieser fraktionskarten bekommen jetzt hat jeder sechs und der dritte spieler bekommt dann sieben karten diese karten werden jetzt nach fraktionen sortiert dann werden von den fraktionskarten sieben als offener nachziehstapel dann aufgedeckt und zwar auch nach fraktionen sortiert eins zwei drei vier fünf sechs sieben hier der rest wird als nachziehstapel dann neben angelegt wer an der reihe ist hat jetzt zwei möglichkeiten entweder man nimmt sich hier fraktionsweise karten aus der auslage für und vergrößert damit seine handkarten wobei dann das handkartenlimit von 10 einzuhalten ist oder man spielt fraktionsweise jetzt karten aus der hand aus und zwar je nachdem wie die eigenschaften der fraktionen sind ich möchte da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen weil diese eigenschaften der fraktionen sind hier sowohl im regelheft als auch hier auf diesem infoblatt ganz gut beschrieben nochmals nochmals zur wiederholung des ablaufes wer an der reihe ist nimmt sich entweder fraktionsweise fraktionsweise die entsprechenden karten aus der hand aus um und das ist halt zu beachten dementsprechende wahlkampf punkte zu bekommen also nur durch das ausspielen der fraktionen aus der hand bekommt man in diesem spiel wahlkampf punkte ich werde jetzt mal ein zwei runden runden spielen um den spielablauf noch mal so verdeutlichen spieler eins spieler zwei spieler drei spieler eins ist der staatsspieler spieler eins hat jetzt hier zum beispiel zwei polizisten damit könnte er theoretisch schon was anfangen die eigenschaft der polizei ist spiele eine beliebige anzahl von polizei fraktions karten aus plus eine andere beliebige und dann bestimmt der mitspieler einen anderen mitspieler dass er seine karten mischt und so viele karten aufdeckt wie der mitspieler hier polizeikarten ins spiel gebracht hat also in dem fall jetzt zwei da müsste ein anderer spieler entsprechende zwei karten aufdecken und wenn jetzt der mitspieler hier die eine von diesen mafiakarten dazu gegeben hat und dann würde dieser mitspieler also in mafiakarte die der andere mitspieler aufdeckt dann einen wahlkampf punkt bekommen deckt der mitspieler polizeikarten auf würde dieser mitspieler entsprechend sich jeweils eine karte hier von dem nachtigstabeln nehmen müssen also so kann sich das jetzt jeder dann schauen in seinen handkarten welche eigenschaften er denn momentan nutzen kann spieler eins möchte jetzt nichts machen sondern er nimmt sich einfach hier diese drei karten von der gilde der privatdetektive um eventuell dann in der nächsten runde damit etwas zu machen dann werden hier sofort wieder auf sieben aufgefüllt wir haben 4567 dann ist spieler zwei an der reihe spieler zwei ist leider auch nicht in der lage irgendwas zu machen nämlich zum beispiel hier bei der mafia da benötigte er vier karten benötigen hier bei dem journalisten bund bräuchte er mindestens zwei also keine möglichkeit und aus diesem grunde nimmt er hier jetzt erstmal die drei karten vom journalisten bund dann wird wieder aufgefüllt auf 7 4567 spieler drei schaut sich seine karten an und er hat ja jetzt er hat ja drei von diesen fraktionskarten des journalisten bundes die eigenschaft dieses journalisten bundes ist es dass er zwei davon ausspielt und dafür sofort zwei wahlkampf punkte bekommt dann dürfen die mitspieler auch karten abschweißen und zwar karten ausspielen und zwar müssen sie sich zwei karten einer sorte aussuchen dabei ist es dabei ist die fraktion egal und spieler eins hat ja genügend von der gilde der privatdetektive der eine davon muss er muss man dann dem mitspieler der dran ist geben und die andere karte kommt auf den ablagestapel und für diese karte bekommt dann derjenige auch gleich einen wahlkampf punkt die zwei karten von spieler drei kommen auch auf den ablagestapel ja das war die erste runde eine runde würde ich gerne noch zeigen und zwar hat ja jetzt spieler eins hier die gilde der privatdetektive dafür braucht er nämlich drei stück und noch eine zusätzliche da sucht er sich hier diese aus weil er das macht bekommt er sofort drei wahlkampf punkte und jeder andere mitspieler darf jetzt wenn er auch fraktionskarten der gilde der privatdetektive hat eine auch abwerfen und bekommt dann dafür auch einen wahlkampf punkt spieler zwei macht es natürlich und spieler drei macht es auch die ausgespielten karten kommen hier aus den ablagestapel spieler zwei nimmt sich hier sowie sowie eben auch zwei karten vom journalistenbund darf sich dafür zwei wahlkampf punkte nehmen dann dürfen jetzt spieler drei und spieler eins sich auch wieder zwei karten aussuchen um einen wahlkampf punkt zu bekommen ja da macht der spieler drei gibt hier eine einen mafia spieler zwei eine fraktionskarte wird abgeworfen dann gibt es einen wahlkampf punkt und spieler eins macht das gleiche mit den polizei fraktionskarten ergibt spieler zwei eine und wirft eine ab und bekommt dafür einen punkt jetzt ist spieler drei an der reihe spieler drei hat nicht genügend handkarten so dass er dann dementsprechend hier sich drei mafia karten holt dann werden die aufgefüllt ja und wieder ist eine runde vorbei ich gehe mal davon aus dass der spiel der spielablauf jetzt allen klar ist wer an der reihe ist hat zwei möglichkeiten entweder neue handkarten indem man fraktionsweise hier aus der auslage sich karten nimmt oder man spielt fraktionsweise entsprechend der eigenschaften die im regelheft und auch hier auf der auf der infokarte gut erklärt ist aus bekommt dann wahlkampf punkte das ist dann auch die einzige möglichkeit um an wahlkampf punkte zu bekommen nämlich das ausspielen von handkarten entsprechend der eigenschaften das geht jetzt immer abwechselnd reihe um und das spiel endet sofort wenn ein mitspieler die geforderte menge an wahlkampf punkten hat das ist wie ich eben schon sagte bei zwei und drei spielern 16 wahlkampf punkte bei vier bis sechs spielern 13 wahlkampf punkte ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet und ich konnte euch trotzdem einen kleinen eindruck über dieses spiel vermitteln das ist das spiel katham city vom hochverlag für zwei bis sechs mitspieler ab acht jahren viel spaß vermitteln